Sooo, und damit hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Dusk. Immer noch mit den Verrückten. Hi! Na Jungs? Ich bin nicht verrückt! Reh ist schizophren. Ja, da war ja was. Ähm, ah. Ah. Genau, ah. Erst wenn man draußen ist, alles klar. Erst wenn man draußen ist, genau. Okay, hier ist noch alles ruhig. Mal sehen, wenn wir hier rausgehen. Und den anderen Gang. Eine altbekannte Gegend. Ne. Okay, besser als meine Westentasche. Du hast gar keine Weste. Doch, habe ich. Eine imaginäre Weste. Ne, Moment mal. Oh. Abgeschlossen. Okay. Ah. Oh, achso. Die Spielhalle, die Spielhalle. Naja, ein bisschen spielen. Abgeschlossen. Oh, wie langweilig. Na komm mal. Na komm mal. Na komm mal. Nein! Ah! Haha, yeah. Das ist der Fenster. Da ist es. Na komm mal her. Do you love me, brother? Nein! Oh, geh weg. Be strong, parents. Be strong, homer. Oh, yeah. Komm, den Sieger seinen Preis. Wieso stehst du auf der Fenster? Wieso stehst du auf der Fenster? Smellern jemanden? Ja. Kannst du auf der Fenster rein? Ach, ja. Gute Idee. Na aus dem Wind. Hop. Das ist böse. Im Radiantum ist es doch duster. Dort im Dunkeln rumzutappen wäre viel zu gefährlich. Okay, das ist klar. Ach man, überhaupt nicht. Bahnfahren. Abgeschlossen. Die ganze Zeit auch so ein stilles Geräusch. Aha. Warum schließen alle Leute ihre Häuser ab, wenn er Zombies angehören? Plünderer. Abgeschlossen. Trotzdem, ich würde einfach erstmal mal fliehen und nicht daran denken. Ich würde erstmal erstmal meine Anime-Sammlung denken. Mein Leben kommt hinterher. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Die Arena. Die ist sicher. Wir wollen wollen. Die ist doch sicher offen. Ja, abgeschlossen. Warum? Was haben wir hier? Abgeschlossen. Da warst du ja schon. Ja, fuck. Ja, natürlich. Ich frage mich, wo ist der Rocky eingestellt? Ach ja, erstmal wieder. Ja, stimmt. Ab zum Steinchen. Äh, Steinheichenwald. Ich denke mal, hier ist alles. Na, vielleicht der Mark noch. Aber der wird wohl sicher auch. Ja, abgeschlossen sein. Oh Gott, ich hab noch... Über die Leiche. Nee, später. Über die Tote. Es gibt immer noch ein nächstes Mal. Nee, es gibt immer eines. Wow, 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 ganz locker, ganz locker. Wow, wow, wow. Okay. Ah, ah. Na komm her, komm her. Er will sein. Alter, er ist gut. Okay, ich mach ihn fertig. Jetzt sind wir wieder dran. Alter, er ist mächtig, er ist mächtig dran. Aha. Ich glaube, der hat mich damals oben in die Stadt noch zurückgejagt. Nicht schlecht. Ganz hohe Gras. Heftig, ja. Geh mal ein bisschen durch. Vielleicht mit mir einen Popen bauen. Ich hab Angst. Ich glaub zwar nicht, aber... Egal. Es ist hohes Gras. Wir sind jetzt... Hm. Jemand hat den Ausgang von Steinleichenwald mit LKWs blockiert. Ob das dieser Herald war? Hey. Was liegt denn da? Was liegt denn da? Was liegt denn da? Sieht... ...aus wie eine Art Checkliste. Jeffen? Südeingang verbarrikadieren? Kreuz. Nordeingang verbarrikadieren? Kein Kreuz. Pokemon Arena untersuchen? Auch kein Kreuz. Herald ist nicht mehr hier. Und am Nordneingang war auch niemand. Sieht so aus, als müssten wir uns die Pokemon Arena mal anschauen. Aber was genau will er dort denn untersuchen? Wir gehen nicht auf den Grund. Wow, LKWs. Interessant. Ich mein, das muss auch was schockieren. Du gehst nach so einer normalen Pokemon-Reise. Willst grad Ducati jetzt in die Arena und auf einmal kommt dann die Stadt Schummler. Ja, im Steinleichenwald war doch alles super. Und plötzlich zählt er da überall Zombies auf dem Steinleichenwald. Was ich bei solchen Spielen auch nie verstehe ist, warum ist die Arena gleich vermutlich offen. Er ist die ganze Zeit abgeschlossen. Hilfe! Hilfe! Kaum zu fassen, ein Überlebender. Wahrscheinlich dieser Herald schnell hinterher. Warte, komm mal. Oh. Oh. Pummelow. Kleines. Oh. Pummelow, das wollte ich ja nochmal machen. Ja, natürlich. Pummelow ist voll süß. Aber es ist ein Stein-E. Ne, es ist ein Zombie. Ein ziemlich schwächliche Zombie. Ein Schägezombie. Hat er Zeit. Oh, Hilfe! Und steht am Rücken runter. Der lag so. Guck mal, den kann man noch gut... Ey, nein! Ja, der ist voll verarsch. Ja, der ist voll übermächtig, ey. Na, jetzt haben wir ihn doch. Ne. Haha. Ist aber alle irgendwie zu viel abbilden. Ja, weil es wohl so viele sind. Keine Ahnung. Die haben sich schon versucht, gegenseitig aufzubauen. Das ist doch gut. Ich glaube, der kann. Das ist die beste Waffe. Wir haben gefunden. Ja. Dann können wir unser... Genau, der ist richtig. Was? Der Zahnstein? Der ist der Zahnstein. Wow, wow, wow! Jetzt hat er untergerochen. Na komm her. Jetzt hab ich dich, ne? Naja, jetzt will er wieder nicht. Ah. Ach, scheiß Rücken muss. Ey, der ist heftig. Ja. Ja. Ja, aber es bleibt doch einmal so... So, Moment mal. Escape... Beutel. So, Beere. Beere füllt 5kb von Brando aus. Okay, wenn ich schon mal Eis füllen. Es gibt Taika und Gegenkirft. Ist gut. So. Tja. Ist doch gut. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Irgendwas... Irgendwas... Irgendwas Böses passiert ja noch. Na, Ferti? Hallo. Boah, vielen Dank, Junge, dass du mich so eben... Dass du mir so über das Leben gerettet hast. Bing. Bist du Harold? Ja, das bin... Ja, da bin ich. Wieso? Hast du etwa nach mir gesucht? Wer bist du? Keine Sorge. Bist du... Ach so, schon wieder? Das dauert mal so ein bisschen. Bist du okay? Wurdest du gebissen? Nein, nein. Ich bin okay. Alles okay. Ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Wir reden am besten später weiter. Lass uns jetzt erstmal zurück ins Versteck. Der wurde im Arsch gebissen. In seinem fetten Haar. Man merkt ja auch eh nicht, ob der Arsch jetzt geht. Harold, Gott sei Dank geht es dir gut. Wir haben uns alle große Sorgen um dich gemacht. Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet. Das habe ich alles dem Jungen mit seinem Igel aber zu verdanken. Eko, bist du zu jung mit dem Igel aber. Eigentlich stützte ich auf das Blaue immer. Fast schon. Verbraintverkehr. Ich meine, das ist nicht immer das Blaue und die allgemeinen. Was ist passiert? Ja schon. Nun, wir sind... Wie mir beauftragt wurde, habe ich den Südeirern verbarrikadiert. Das sollte den Zustrom der Bestien einnehmen. Dann wollte ich sicherheitshalber die... Pokémon Arena? Ja. Und versuchen, ob diese einem eine gute Unterkunft bietet. Auf dem Weg habe ich mich plötzlich vielen dieser Vier... Wurde ich packen, mich plötzlich vielen dieser Vier verfolgt. Und ich flüchtete in die Arena. Natürlich verfolgten sie mich weiterhin. Aber durch diesen kleinen Irrgarten, den... ...verwürtteln? Die... Richtig. Diese Monster sind verdammt... dumm! Oh harte. Sie haben nur eins im Sinn. Fressen. In großer Zahl sind diese Viecher verdammt gefährlich. Aber man kann sie leicht aus... austricksen. Denk dran. Allein mögen sie schwach und klein, die keine Gefahr darstellen. Aber in großer Zeit kann man sie kaum bekämpfen. Ich kann dir nicht genug danken, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Wie lautet eigentlich dein Name? Ich heiße Isa und mein Pokémon heißt Brando. Ja, ich wollte gerne Brando sagen. Tausend Dank nochmal, Isa und Brando. Eine Frage. Was ist mit den LKWs, die du beim Südeingang platziert hast? Kann man die nicht nutzen, um uns hier aus der Stadt zu bringen? Undenkbar. Die Kisten sind Schott. Und wir würden vielleicht nur einen halben Kilometer weit kommen, ehe man uns überrumpeln würde. Alle bräuchten Karossen, alle brauchbaren Karossen, ja sogar Pokémon, die einen hätten hier rausbringen können, sind vor Ort. Wir sind in der Stadt vorerst gefangen. Deswegen brauchen wir viele nützliche Ressourcen, die überall in der Stadt verteilt sind. Aber wir müssen uns auch gleichzeitig absichern. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn man jemanden allein auf der Straße lässt. Aber es gibt Hoffnung. Vielleicht könnten wir uns eine Art Boot oder Fahrzeug bauen. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Hauptsache dir geht es gut, Harold. Das ist jetzt das Wichtigste. Nämlich, wenn es was Neues gibt. Mache ich. Ich werde heute mein Bestes geben. Harry mit seinen kleinen Zwischenstörungen. Er hat ein bisschen geschoben vor der Zombie-Attacke. Ich bin euch zu großen Dank verpflichtet. Leider kann ich euch nichts für eure Bemühungen geben. Aber sei gewiss, dass ich mich irgendwann dafür engagieren werde. Toll. Wir ziehen alle in einem Strang und möchten alle diese Situationen gut überstehen, richtig? Richtig. Aber Ives, du bist mit deinem Igel aber der Einzige, der sich aus dem Versteck heraustrauen kann. Das heißt, es gibt noch mehr zu tun? Ich fürchte ja. Aber keine Sorge. Lass dir ruhig Zeit, ehe du wieder aufbrechen möchtest. Komm zu mir, wenn du so weit bist. Toll. Na ja, hallo. Hey, mein Freund. Leider gibt es noch einiges zu tun. Aber es gibt eventuell Hoffnung auf Rettung. Echt? Meinst du? Wie du sicher schon gemerkt hast, ist das Problem nicht zusammengebrochen. Das liegt daran das Radioturm. Oh, das der? Radioturm. Keinen Stromwert bekam. Aber wir haben von hier aus wieder in Gang bringen können. Das Mobilnetz ist aber immer noch raus. Wenn das Netz eingeschaltet wäre, könnten wir um militärische Hilfe verbinden. Das wäre die Rettung. Ich habe auch ein... Pokécom dabei. Ich könnte... Professor Lind. Anrufen. Vielleicht weiß er mehr über die... Seuche. So. Du bist aus. Neuborgia. Und kennst... Professor Lind. Oh Mann. Äh... Ja. Er war es, der mir damals... Brando. Übergabe. Und beim nächsten Brando muss ich wieder... Hervorragend. Das geht ja gar nicht. Das einzige Problem, du dir mobil machst auf dem Radioturm, muss manuell gestorben werden. Oberschenkelmuskeln. Korrekt. Genau. Meine Oberschenkelmuskeln schmerzen. Und von hier aus können wir nichts tun. Deswegen musst du genießen. Es ist mir lang, dass ich wieder rumpeln muss. Alter. Aber du musstest den Radioturm wieder in Gang bringen. Ich verstehe schon. Ich möchte auch unbedingt erfahren, wie es... Mama. Und... Einer Freunde. Geht. Aber soweit ich es gesehen habe, war der Radioturm in Stockdunkel. Nicht mehr. Ja. Du, das Einschalten sonst was. Zumindest der Notfallstrom sollte jetzt laufen. Das sollte, denke ich, aushalten. Du siehst. Das hört sich schon mal gut an. Okay. Ich werde mit Brando... Das ist ne... Brando! Alter! Du, das Einschalten... Brando! Okay. Ich steh jetzt im tiefsten deiner Schuld, Yves. Das erste Mal fühle ich sowas wie Hoffnung. Dass sie das übernehmen können. Was meinst du? Brando! Nichts! Das ist echt so... Ja los Brando! Ich hoffe, uns erwartet, keine böse Überraschung! Punkt, Punkt, Punkt. Kein Malzug. Melanie. Melanie, genau. Melanie wollte uns noch was geben, weil wir... ... für Fenster abgemetzelt haben. Warte, warte. Was ist fertig? Komm mal. Ich habe es mir einfach verarscht und gesagt, wir haben es so gemacht. Wir haben einen Trunk. Nächsten Mal. Der Trunk von Melanie! Was ist drauf für... 10 KP! Voll, Fake-Trunk füllte man 20 auf dem Lappen, ey. Was für'n Fake-Trunk? Wann hat hier nur 20 KP in dem Game, deswegen wäre das ein bisschen... Ja, aber es ist trotzdem voller Fake-Trunk. Ja, die Bären haben die Geschenke bekommen. Was erwartest du da großartig? Dafür, dass wir ja Knuffenser hier gewusst haben. Scheiß auf die Bäre, einfach Melanie. Wahrscheinlich hat er einfach in ne Flasche reingepinkelt oder so zu geben. Oder sie hat was ganz anderes da reinmachen. Ja, ist doch super. Hey, ja, ab zum Radiotour. Wow, wow, ganz super. Ich hab nen Keks. Das ist sehr schön, ich brauche ihn. Du hast nen ekligen Fetisch. Den will ich sprechen. Halt! Kein Schritt weiter! Wow, 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 jetzt gibt's Ärger, Brun. Jetzt gibt's Ärger, Brun. Jetzt gibt's Ärger, Brun. Was habt ihr hier zu suchen? Ah, verreckt. Verdammt. Hab ich mich erschrocken. Antwort, verdammt. Was willst du hier? Äh, bist du... Einer von... Team Rocket? Ja, bin ich. Aber was hat es dich zu interessieren? Wenn ihr ja noch einen Schritt wagt, bring ich euch um. Ganz ruhig. Wir wollen ja nix wegnehmen oder so. Wir wollen nur den Radioturm wieder in den Gacken bringen. Damit wir Hilfe... Fresse halten. Über uns in den ganzen Stockwerken sind die wandelnden Leichen. Schlimm genug, dass der Notstrom eingeschaltet wurde. Ich habe mich lange Zeit hier unten im Dunkeln versteckt und das hat bisher gut geklappt. Und jetzt wollt ihr da hoch und diese grausigen Gestalten herlocken? Vergesst es. Ich lasse mir nicht meine Sicherheit durch solche zwei Pissgesichter wie euch kaputt machen. Aber wir haben ein Überlebenszentrum. Wir wollen nur Hilfe. Küssen die sich? Willst du nicht verstehen, du kleiner Wichser? Scheinbar nicht. Dann muss ich dich halt umbringen. Dich und dein verficktes Pokémon. Lass mein... Halt. Ich hab euch gewarnt. Jetzt werdet ihr hier stören. Brr... 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 ками Pit. Brr... 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 Was denn jetzt! Pandon. Brr... Fuck, ey... Bwpl... Be Oh, das kommt nicht von selbst daher drauf. Nö. Ist ein Pokémon. Ah, ist dumm... Oh Gott... Ey, du hab meine ungebratete Schafe... So muss Pokémon sein. So würde ich das wieder anfangen zu sehen. Die Serie? Pokémon ab 18. Ist er tot? Nein, ist er tot? Das geht bis auf den Sack. Habe ich gerade wirklich einen lebenden Menschen? Nein, das ist auch Igelava. Brando meinst du? Komm, Brando. Gehen wir. So, nächster mal. Brando muss auch mal wieder sprechen. Der Schrei. Das Bild fängt an der Wand. Die Flatsche. Die ist eingeschlagen da am Stuhl. Umso besser für Igelava. Okay, alles klar. Blut. Hintern versäumt. Der tote Leiche. Oh, ein Papierkorb. Da wird hier nichts dran sein. Wer weiß. Ich habe schon mal eine Beere in irgendeinem. Wow, wow, wow. Ganz gut, ganz gut. Wow, 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 wow. Ja, ja, jetzt gehen wir hier lang. Scheiße, ne? Verdammt, das wollen wir uns los. So, jetzt habe ich dich. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Der ist heftig, als ich dachte. Okay, ich bin ein bisschen losgegangen. Er ist einfach um eine Clash rumgegangen. Wow, 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 was war das denn für eine Combo? Okay, jetzt der mächtigste Gegner. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, okay, alles cool. Platsch nochmal rüber. Was ist mit dir hier? Oh, das ist so leise. Kann ich den schon hier treffen? Ne. Ah, schade. Ah, das ist ein Mercantilo, ja. Schau mal, da guck. Speich mal am besten ab gleich, wenn du da das Mira Platz hast. Mira Platz! Das habe ich nicht! Ich gehe wieder runter. Wow, ich hab's doch. Oh, yeah. Speich mal am besten ab, Coco. Weil, ansonsten müssen wir nicht vom letzten Speicherpunkt machen. Ne, muss nicht. Jetzt kann ich kein Speicher. Okay, ne? Dann heil dich. Ich hoffe gar nicht so schlecht. Nein, Beutel ist besser. Oh, ne Beere. Ne, komm dran. Hau mir dran dran. Ist immer großzügig. Trink mal wenig. Oh, zack. Oh, yeah. Weiter geht's. Ah, ah. Nicht vergessen. Wow, wow, wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, weil der so von der Seite kommt, ne? Der guckt richtig fies. Okay. Und, ne? Ist das hier? Woho! Hm? Ah, ich weiß, was auch. Was? Etwas scheint sich geöffnet zu haben. Oh, wenn ich das jetzt. Oh, egal. Oh, guck mal da. Erst noch was mit dem Tilo. Ein bisschen Knechten. Oh, ganz locker. So. Alter. Da wär ja fies drauf, das Vieh. Dumme. Dumme. Von einer Attacke, ey. Ne, ne, ne. Find ich, dass mich das nachher trollt. Yeah. Zack, stimmt. Ja. Mach nochmal gleich über das. Ja, das war so ein Dumm-Dum, ne? Oh, yeah. Oh, guck mal. Zwei geteilt. Ach, die. Die kennen wir doch. Na? So. Na, was ist da jetzt so böses? Nix. Todes Pipi. Vielleicht macht das zum Leben, ne? Oh. Warte auf. Na? Äh. 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 Ah. Ja, alles klar. Wow. Diesen hat Mobilfunkturm reaktiviert. Super. Das sollte es gewesen sein. Jetzt können wir Hilfe rufen. Nix wie zurück ins Versteck. Oh, oh. Und ist gut. Da ist nur ein Radfatz, das kann nix. Wer weiß. Pyberzahn und so vor sich. Vorsicht. Vorsilberblick. Oh, wo ist die Lübel aus? Oh, wo ist die Lübel aus? Oh, wo ist die Lübel aus? Wo bleibt denn die Lübelzahn? Oh, nett. Wie das ist das Bletch? Das ist schon cool. So, wo muss die Pokémon eigentlich sein? Ich meine Schlitzer. Von einem Sichlor. Was passiert da mit dem Pokémon? Oh. Oh. Es ist besiegt. Ja, da warst du schon weg. Ja. Das war gut. Das war gar nicht schön, weil das so erschienen. Du Katschias. Die Spielhalle da ist toll. Ja. Äh. Punkt, Punkt, Fragezeichen. Alter, das bin ich. Achso. Scheiße. Ist der infiziert worden? Oh. Oh. Es juckt mich ja nicht. Oh. Oh. Alter, es juckt mich doch. Hey, ich hab ihn. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht gecrasht. Ähm. Ähm. Nervös. Wow. Wenigstens noch ne Beere. Die letzte Beere. Okay. 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 Ich kann ja einfach rausgehen. Ich geh einfach raus. Geh einfach raus. Nee. Kannst du nicht während deines Kampfes. Du musst den schon erleben. Ernsthaft? Du bist tot. Mann. Ich kenn's immer toll, dass die Spiele und die Ziele zu tun sind. Ja. Das ist voll geil aus. Ja. Irgendwo kenn ich das Bild. Ich kenn das. Ich hab das mal gesehen. Das ist gut. Ja. Mal fortsetzen und dann. Ja. Und Datei 1. Und dann sind wir wieder. Moment mal. Ja. Wir konnten dazwischen ja nicht abspeichern. Das heißt jetzt noch ab zum Radiotor. Ach. Ab zum Radiotor. Das heißt, naja, wieder am Anfang der Folge. Ja. Aber diesmal kann der einfach überspringen und müssen das nicht nochmal voll sind. Ja. Das wär's ja. Warst du schon bei Melanie? Hast du schon den Trank hier geholt? Das weiß ich nicht. Musik ist geil. Und ich glaub, den haben wir noch gar nicht, Steffen. Den könnten wir noch gar nicht. Wenn wir das nur Fenster noch gar nicht besiegt haben. Haben wir das nicht schon im Ernst? Nein. Ach. Das war doch mal geil. Und wenn ich nicht auch escape, ich kann auch escape, um den Text einfach zu fisten. Tja. Dann nochmal. Ja. Ja. Häftig, ey. So. Also hier muss ich nicht nochmal diesen schmacken Fettversprich, ne? Ja. Was hast du gegen ihn? Er ist ein Schiff. Den müssen wir auch noch wiederholen, ne? Ach du Scheiße. Ich klinge. Ich klinge. Äh ist der fetter Spastiker. Einfach. Genau. Da ist das, das Knopf. Fenster. Das kurzen. Dillllllllll. Na ja. Diesmal speichern wir einfach ab, bevor wir in den Radioturm gehen, fertig. Gute Idee. Ja. Der zweite Flasch ist richtig schön. So, also, das heißt nochmal nach unten müssen wir auch knallt zu den LKWs. Ja, ja. Oh, ganz locker. Danke, du bist das perfekte Schutzschild. Okay, naja, war klar. Brauchst du denn das nicht echt, das ist Ethan. Ach ja, er ist das Reflex, ne? Ethan! Boah, ich hasse Ethan, diesen Knecht. Wir könnten ja ruhige... Du bist der Sturm Silber. Was hat der? Kardi war so mächtig. Wo macht den Meister? Na, er war heftig, er war heftig. Ja, er hatte mich auch ziemlich mal zurückgedrängt. Danke, du wirst echt mal lesen, du bist immer am Weg, ey. Ich würde jetzt einfach alle auf einen schwulen Zombie auf ihn schmeißen. So, der Leichenberg da oben, ey. Shit, wenn dann richtig. Wenn dann richtig! Zack, zack, zack. So, und... Ja, la, 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 la. So. Und wir haben keine wegen Pokémon gefunden. Scheiße, das ist sich nicht mal gewährt. Wir können nochmal so Muto-Film mit Konfusion zerfetzen. Da kommen wir ungefähr so einschmeißen, Pokéball, auch kein Ding. Normal. So, mal sehen. Wir können gleich wieder hier. Arvina. Genau. Genau, 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 genau. Da ist sie doch. Oh, die ganzen Schwächigste, ob ich jetzt mache. Das war gerade Herald. Genau. Fack. Kommt zu was denn, ein fatter Hero-Holz. Suchen wir den färten Hero-Holz. Ja, Herald. 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 Hießen und Bruggel. Ja, Bruggel ist Flieger. Kommt doch mal. Wie noch einen Schritt nach oben dann? Sollte das besser werden. Und Hummelophade. Ja, ist da. Ja, ist Kommel. Ja, nimm Kommel. Oh, er ist richtig gut raus. Oh, okay. Wuhu. Jetzt kommts an, ne? Oh, okay. Wuhu. Ja, jetzt kommts an, ne? Und das ist alles für so ein... Ne, Moment. Da hat man noch eine Beere. Und das ist alles für diesen dreckigen Fett. Ja. Und so aus. Sonst werden wir nicht verdrücken können. Lern das mal. So. Ich bin auch schnell. Aber wieso hat dieses Verkastung Iglabe am Wurtkrafter? Das ist eine schwierige Haltung. Dass man immer lernen kann. Flammenwurf oder so. Das würd's auch noch nicht haben. Aber ich mein, Iglabe hat auf jeden Fall schon gut, wenn er sich entwickelt. Tja. Und Rauchwolke. Wie ist das, man? Nee. Rauchwolke. Ich werde, das ist eigentlich nur so ein Furz, den er abläuft. Ja, natürlich. Was sonst? Seine kleine Rauchwolke. Und die Genauigkeit sinkt. Naja, wer kann sich da noch konzentrieren? Da sinkt eigentlich nicht nur die Genauigkeit. Nee. Okay. Das fand ich auch immer nervig an dem Spiel, deswegen hab ich nach der Hälfte aufgehört. Weil ich dann teilweise die Texte echt zwar normal wissen musste. Ja. Ja. Mach einfach. Schnell, ey. Oh Gott. Du laufest, hast du nicht zu sagen. Oh Gott. Du laufest, hast du nicht zu sagen. Oh Gott. Ich heiße. Harold. Oh Gott. Oh Gott. Das ist echt. Schön viel Text. Ja komm. 4 Sterne nicht mehr. Dann passiert das nicht. Na? Die Lava ist eine ganz schlimme Partie. Oh. So eine Füte wächst. Sepp-e eben alles gesprochen. Oh ja. Ja. Wir geben dem Spiel eine Vertronung. Dann haben wir mal was besonderer an. Die Vertronung ist voll gut. Wir sollen das dem Entwickler schicken und er kann das dann reinbauen. Oh. Ich finde, wir möchten Synchronsprecher. Und Melanie, du kriegst noch den Trank. Ja. too. Na schleppe. Vielleicht wir können Synchronsprecher für spielen, ja. Ja. Aber nur für so 0815 Spiele. Aber jetzt eben es sind auch 0815. Macht richtig gute Spiele. Ja, aber dafür würden wir nur die Finkel. Flach vom Radio, dann wenden wir da auch die Folge einfach. Fürs nächste Mass Effect Spiel wäre ich nicht als Synchronspieler. Ja, für Mass Effect 4. Genau. Für den kleinen Aushilf. Ne. Macht er den Synchronspieler. Der rein zufällig spricht wie Martha. Ja. Aus irgendeinem unauffällig. Aber wo du reingehst, macht er einfach. Ja, ich werde den Hauptcharakter sprechen. Der wird so sprechen wie Martha. Halb zufällig. Ernsthaft? Ja, dann müssen wir doch ins Gebäude wieder zurück. Ja, dann gehst du zurück in den Untergrund vielleicht. Guck mal, kannst du hier vielleicht schon? Gucken wir mal. Sicherlich. Hey. Klasse. Da gehts. Alles klar. Ja. Sicher, sicher. Alles klar. Dann war das ja eine richtig geile Folge. Sau viel geschafft. Natürlich. Dann bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.